Wer bist du? Warum hast du einen Schlüssel zu meinem Haus? Du hast sie mir gegeben, bevor du gegangen bist. Unsinn. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Sie hat in dir gegeben. Mein älteres Ich. Wir müssen jetzt gehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe nicht. Ich weiß, was du getan hast. Sie hat es mir gesagt. Aber sie hat auch gesagt, dass es nicht wieder so passieren muss. Nächstes Mal. Wohin gehen wir? In die Zukunft. Wohin gehen wir? Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wohin gehen wir! Wohin gehen wir! Wohin gehen wir!